Energie Seekrauts und willkommen zurück bei uns auf dem Kanal. Es gibt Neuigkeiten zu der nächsten Star Trek Kollaboration von World of Warships. Total überraschend, nicht groß angekündigt, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich war auf dem PTS und guckst du, hä, Star Trek, was ist denn da los? Ja, in Update 13.10 und in Update 13.11 gibt es jeweils zwei Wochen lang eine neue Star Trek Kollaboration und es werden drei spannende Unternehmen möglich sein. Hier auf dem PTS habe ich bis jetzt die Borg-Invasion spielen dürfen, da gibt es auch gleich noch Gameplay zu. Also wir können sehr gespannt sein. Wenn wir mit diesem Unternehmen oder wenn wir in dieses Star Trek-Event einsteigen, haben wir am Anfang drei Zerstörer, also beziehungsweise nicht drei Zerstörer, drei Schiffe, ein Zerstörer halt von den Romulanern, ein Kreuzer von den Klingonen und ein Schlachtschiff von den Romulanern. Später im Verlauf können wir uns auch die Enterprise freischalten und dann mit einem CV in den Gefechten natürlich unterwegs sein. Wie gesagt, die Sachen werden uns leihweise gestellt, solange wie dieses Event dann jeweils aktiv ist. An Bord der Schiffe sind dann natürlich auch die Kapitäne mit dem jeweiligen Vice-Over. Also Pika, Spock hier bei dem Schlachtschiff, dann Gorwon bei den Klingonen und Selea bei den Romulanern. Okay, das ist schon mal Nummer eins. Dann geht es weiter mit den Belohnungen. Wir haben nämlich sowas ähnlich wie bei den D-Day-Events, wo wir hier so einen Pass hatten, wo wir es durcharbeiten konnten. Und das spielt jetzt hier auch wieder eine Rolle. Wir können hier nämlich Verbesserungen für die Schiffe freischalten. Andere Hilfsbewaffnungen, andere Hauptbewaffnungen, andere Rümpfe etc. pp. und damit dann unsere Schiffe entsprechend adaptieren, anpassen, verbessern. Aber wir können auch eine Sammlung vervollständigen. Und die möchte ich euch jetzt gleich einmal zeigen. Ihr seht ja schon, der Borg Cube ist halt ein Teil dieser Sammlung. Und hier auf Stufe 12 war bei mir auf dem PTS dann halt die Enterprise mit dabei. Am Anfang hatte ich halt auch drei Schiffe. Naja, und das ist dann hier das erste Unternehmen. Dann geht hier quasi die zweite Unternehmung los. Und wir gucken uns dann an, wie das da später aussieht. Das kann ich jetzt hier auf dem PTS noch nicht sehen. Die Sammlung, die ist hier in die Ecke gepackt. Und es gibt am Ende vier mal vier Gegenstände, also gesamt 16 Gegenstände, die wir da haben. Unterteilt in Schiffe, Planeten, Waffen und Charaktere. Und immer wenn wir Sammlungsgegenstände freischalten, dann bekommen wir auch Battle-Bonuses, also Battle-Boni. Und diese wiederum können wir ebenfalls beim Schiff jeweils aktivieren. Also zum Beispiel hier Schaden durch die Schiffsbewaffnung um zweieinhalb Prozent erhöht. Oder eben auch die Schiffsgeschwindigkeit, Staffelgeschwindigkeiten, Schiffstrefferpunkte etc. pp. kann man dann hier entsprechend freischalten. Wenn wir die Sammlung vervollständigen, dann bekommen wir hier auf dem PTS eine Tarnung. Und zwar eine verbrauchbare Tarnung. Das könnte dann aber auf dem Live-Server tatsächlich anders sein. Denn es kommen auch neben Aufnähern und Flaggen auch permanente Tarnungen rein, die man anbringen kann. Nämlich eine Tarnung hier Star Trek oder Wisconsin, so eine Perma-Tarnung ist hier angebracht. Und auf das Schliefen ist so eine Perma-Tarnung angebracht. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob die auf die Schiffe gemünzt ist. Ich glaube nicht, weil das ist ja eine permanente, frei verfügbare Tarnung. Aber es gibt trotzdem noch dann richtige Premium-Tarnung. Und zwar für die Salem, so wie ich das sehe. Und für die Yamato. Nämlich als Borg-Cube sozusagen ist die Yamato dann unterwegs. Aber mindestens wirkt das so für mich, dass die Yamato und die Salem Premium-Tarnung sind, während die Schliefen und die Wisconsin eher Platzhalter für die Tarnungen sind, die dann auf beliebige Schiffe angebracht werden können. Okay, also Sammlung, Fortschrittspass haben wir, Schiffe haben wir auch schon mal gesehen. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie wir die Schiffe ausrüsten können. Ich würde mal sagen, wir gehen mal auf das Schlachtschiff und gucken uns das da mal ein bisschen genauer an. Denn wir können diese Schiffe in unterschiedliche Charakteristika verpassen. Wir können hier unterschiedliche Arten von Schilde einbauen. Hier zum Beispiel für ein Schild, der besonders effizient auf Lang- und Mittelstrecke ist. Wir können das aber auch ändern auf dann hier Close-Range-Angriffe. Da ist das Schild dann da vielleicht ein bisschen effizienter. Und wir haben hier auch noch die Möglichkeit, eben so eine Art Support-Schild sozusagen zu nehmen. Man müsste sich dann mal genau angucken, wie die Unterschiede alle aussehen. Ich habe ein bisschen rumgespielt. Also viel mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Auch hier haben wir bei den Hüllenunterschiede, Trefferpunkte anzahlmäßig, haben wir hier 80.000. Wir haben hier auch was mit 60.000. Dafür sind wir dann aber von der Ruderstellzeit besser, von der Höchstgeschwindigkeit anders und so weiter. Also ihr seht, da verändern sich auch hier die Verbrauchsmaterialien. Verbrauchsmaterialien, seht ihr das? Hier haben wir dann zum Beispiel Red Shirt. Das ist so eine Art Tank-Bild, kann man sagen. Wir halten besonders viel aus. 80 Prozent weniger Schaden können wir da aktivieren für 60 Sekunden. Und dann haben wir zwei Minuten Abklingzeit. Also einkommender Schaden, selbstgemachter Schaden. Den können wir über andere Sachen dann bearbeiten. Und hier gibt es dann auch nochmal was ganz anderes, irgendwas mit Raketen und all so den ganzen Geschichten. Und hier gibt es dann auch die Möglichkeiten bei den Torpedos, beziehungsweise bei der Photonentorpedo-Variante, was zu verändern. Auch hier gibt es 3.000 verschiedene Varianten. Kann man sagen, Kombination 3x3x3x3. Also wer in Mathe aufgepasst hat, weiß jetzt, wie viele verschiedene Kombinationen es gibt. Die habe ich jetzt nicht ausgerechnet. Und ja, hier geht es dann um die Hauptbewaffnung, die dann erst die Schilde durchdringen muss und dann den Rumpf. Also wir haben hier eine Schildbewaffnung, die hier eine Rolle spielt. Ich sage mal, bei solchen Events werden ja auch immer gerne mal Sachen ausprobiert, die Wargaming vielleicht in Zukunft in einer anderen Art und Weise dann ins Spiel integrieren möchte. Ich muss mich da gerade daran erinnern an Mir Korabli. Ja, das ist der World of Warships-Ableger in Belarus und Russland. Da wird auch gerade etwas probiert mit der Sättigung der Panzerung, also in den ganzen Geschichten. Die müssen erst porös geschossen werden, bevor man dann richtig reinkommt in die Zitadelle, wenn man den gleichen Bereich trifft und so eine Sachen. Erinnert mich da irgendwie dran, was sie jetzt hier bei Star Trek ausprobieren. Also wir dürfen gespannt sein, was da alles so kommt. Und auf jeden Fall ist das jetzt mal so ein grober Überblick. Wir können uns da später dann noch vielleicht noch mal detaillierter mit beschäftigen, wie die Schiffe aussehen, was man da machen kann. Und ich werde es jetzt auf jeden Fall auf dem PTS mal testen. Und wir gehen jetzt gemeinsam in ein Gefecht mit einem Schlachtschiff, um das mal so ein bisschen darzustellen, was uns da erwartet. Wir spielen jetzt eins von drei Unternehmen. Die Borg-Invasion heißt das Thema. Und ich werde euch dann während des Gefechts noch ein bisschen was dazu erzählen. Willkommen auf Vulkan, Leute. Wir sind jetzt im Gefecht. Einsatzlage ist so, wir sind auf Vulkan. Da gibt es eigentlich ein Treffen der intelligentesten Köpfe des Weltraums, von den Klingonen, von den Romulanern, von der Föderation. Und die Borg wollen jetzt die Situation nutzen und die klügsten Köpfe von unseren Leuten sozusagen entführen. Die Nationen oder die Rassen schließen sich zusammen und versuchen jetzt, die Borg hier zu bekämpfen. Es wird jetzt gleich Schlüsselbereiche geben, die gilt zu verteidigen. Die Borg dürfen diese Schlüsselbereiche nicht erobern. Also mindestens drei Schlüsselbereiche müssen wir behalten. Ich bin jetzt hier im Schlachtschiff unterwegs, habe die lang nachladende Kanone, die relativ viel an Schaden macht. Und wir fahren jetzt hier einmal gleich einmal drauf zu, gucken, dass wir hier was Vernünftiges im Ziel bekommen. Und hier läuft das ein bisschen anders, als in World of Warships an sich im klassischen Spiel. Denn hier sind Inseln ein echtes Problem. Wir können halt nicht über Inseln schießen groß, sondern wir müssen immer einen möglichst direkten Weg zum Ziel haben. Weil ihr seht selbst, wie flach der Laser dann auch über das Wasser zischt. Das ist übrigens auch mit Granaten so. Die fliegen sehr, sehr flach übers Wasser. Und das ist dann eine Herausforderung teilweise, da in der richtigen Situation dann da zu sein, dass man dann auch noch wirken kann und nicht in den Felsen reinschießt sozusagen. Ich möchte euren Blick ganz gerne mal auf die linke Seite ziehen, denn da seht ihr die Trefferpunkte vom Schiff. Und um dieses Schiff herum ist so ein blauer Bereich. Da habe ich jetzt ein bisschen was an Trefferpunkten beim Schild verloren, denn der blaue Bereich ist quasi die Schilddarstellung. Wir müssen immer erst die Schilde runterschießen, bevor wir Schaden auf dem Schiff, auf der Struktur machen können. Der rote Balken sozusagen oder bei meinem Schiff der grüne Balken ist die Struktur und der blaue Bereich ist halt das Schild, weil das erstmal gilt zu minimieren sozusagen. Jetzt seht ihr hier auch schon mal die Sekundärgeschütze. Auch da eine extrem flache Schussbahn, wie ich persönlich finde. Ich habe jetzt hier in meiner Geschützvariante natürlich eine sehr lange Nachleidzeit, muss man sagen. Aber das geht dann schon einigermaßen. Und wir laden hier auch so einen F-Befehl. Seht ihr ja, mit den entsprechenden Punkten. Ehrlich gesagt, weiß ich jetzt gerade gar nicht aus dem Kopf, wie wir den aufladen, was wir machen müssen, damit der F-Befehl aufgeladen wird. Schaden ist, glaube ich, jetzt nicht so viel, weil dann wäre er jetzt mehr aufgeladen worden. Und das Interessante bei einem Laser ist halt, du brauchst halt gar nichts an Vorhalte. Also das sind, keine Ahnung, 0,001 Sekunde, dann ist der Laser halt da auf die Distanz. Du drückst einfach nur auf den Knopf, dann triffst du halt. Also das ist auf jeden Fall was, woran man sich gewöhnen muss. Also da hatte ich am Anfang auch so ein paar Probleme, weil ich immer so vorgehalten habe, wie in World of Warships an sich. Und wollte dann schießen und dann, ja, ist der Laser halt ins Wasser gegangen. Du musst wirklich auf den Punkt zielen, wo du hintreffen willst, solange du Lasergeschütze benutzt. Man kann auch bei den verschiedenen Schiffsklassen verschiedene Geschütze, wie gesagt, installieren und die haben dann teilweise auch Granaten, SAP-Granaten oder HE-Granaten, solche Sachen. Aber es gibt auch da wiederum Laser-Varianten, ja. Oder Phaser, ja. Phaser, Laser, wie auch immer. Und das haut dann schon ordentlich rein, wie ihr seht. Und manchmal habe ich so das Gefühl, gibt es hier noch so den einen oder anderen Soundpack. Wie gesagt, Work in Progress, erster Tag vom PTS, erste Runde, ne. Also wenn ihr hier jetzt ein paar Sachen noch entdeckt, die vielleicht nicht so ganz rund sind, das kann alles noch sich verbessern, bis das auf dem Live-Server dann tatsächlich als Event kommt. Da würde ich jetzt noch nicht zu viel reininterpretieren, sozusagen. Da könnte auch sein, dass manche Soundfights noch fehlen und solche Sachen. Wird halt entwickelt, ne. Und wir drücken jetzt hier den Gegner entgegen, haben einmal den Kreuzer da rausgenommen und sind beim zweiten Kreuzer hier mit dabei. Unimatrix 0215. wird jetzt hier mit unserer Sekundär belegt. Brände kann man halt auch legen, wie wir schon sehen. Und das geht ruckzuck. Wir klicken gleich den nächsten an. Die Sekundär ist da auch schon wieder am wirken. Guck gerade mal, ob ich dir das Heckgeschütztum eingeemt bekomme. Ah, da konnte man eben gerade sehen. Ich wollte eigentlich vorhalten für den Kreuzer und dann habe ich mich gerade daran erinnert, ey, du musst doch auf den Mittelpunkt des Schiffes zielen, damit die ganze Geschichte dann funktioniert. Und jetzt sehen wir sozusagen Fortonentorpedos, wenn man dazu sagen möchte. Die auch relativ stark sind und intuitiv zu benutzen. Einmal nochmal einen Laser rein oder einen Phaser reingedrückt und dann ist das Schiffchen auch schon raus. Ist halt ein Fun-Modus, ne. Bewerten wir das einfach mal nicht über. Es geht einfach darum, so ein bisschen hier in dem Fun-Modus ein bisschen rumzuspielen und ein bisschen Spaß zu haben. Ihr könnt mir auch vorstellen, dass die ein oder andere Geschichte halt wirklich wieder getestet wird, dass Wargaming vielleicht früher oder später sagt, ey, vielleicht ist das eine Mechanik, die dann später auch ins Hauptspiel kommt. Ich hatte es ja schon erwähnt, ja, dass ja Wargaming, beziehungsweise World of Warships in Weißrussland, Russland, also Mirko Rabli heißt da das Spiel, dann, die probieren ja auch gerade was aus mit diesen Panzerungsdurchdringungen, dass eine Panzerung nicht sofort durchdrungen werden kann, sondern, dass man da erst quasi die Panzerung weich schießt oder solche Sachen und dann erst die schweren Treffer macht sozusagen. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber dass halt intakte Panzerung erst brüchig geschossen werden muss, um dann eine bessere Penetration in der Zitadelle oder solche Sachen zu haben. Ja, also, ihr könnt mir vorstellen, dass hier vielleicht auch ein Versuch von Wargaming ist, von World of Warships auszuprobieren. Ja, aber das ist jetzt auch nur eine Vermutung von meiner Seite. Gut, wir haben jetzt hier mal den F-Befehl aktiviert, wir machen mehr Schaden durch die Sekundär, 70% konnte man gerade sehen. Und suchen uns hier gleich das erste Ziel, gleich den Borg-Assimilator da packt, da sind wieder Tops raus. Da hätte einer schon gereicht und dann wäre der Kreuzer da weg gewesen. Also die Ladezeit wird hier wahrscheinlich auch beschleunigt, so wie das aussieht, das ist ja noch mal krasser. Sammeln jetzt übrigens auch gleich so ein Gegenstand ein. Enemy Damage, Damage to Enemy Ships increased, also gegnerische Schiffe kriegen jetzt mehr Schaden und der einkommende Schaden, der wird für uns jetzt reduziert, also wir können jetzt mehr tanken, das ist jetzt der Vorteil. Und hier eine Sekundär, die 16 Kilometer schießt und total präzise ist, sehen wir jetzt auch. Zack, das neunte Schiff schon in dem Gefecht rausgenommen, drehen wieder weg, weil von der Seite erwarte ich jetzt erstmal keine weiteren Borg-Schiffe mehr, während unser Enterprise da in der Mitte ganz schön unter Beschuss steht. Das ist übrigens auch ein schweres Gefecht oder ein herausforderndes Gefecht für CVs, weil halt die Gegner von allen Seiten kommen. Es gibt jetzt nicht diesen einen Bereich, wo man hinfährt und dann ist man sicher, sondern man muss den Träger eigentlich die ganze Zeit bewegen, mit seinem Team mitbewegen, damit man eben nicht so unter Beschuss gerät. So, jetzt sehen wir auf der Minimap wieder diese roten Punkte, Nordosten und Nordwesten und also an allen Ecken der Karte eigentlich. Und da werden dann also wieder Gegner kommen. Das kann ich jetzt natürlich aus der Entspannung heraussagen, wo als ich das Gefecht gefahren bin, ist mir das in dem Moment nicht so stark aufgefallen. Aber ja, ich würde sagen, wir drehen wieder bei und gucken, was wir als nächstes anstellen können mit unseren Waffen. Aber der Cap K ist eigentlich ganz gut besetzt mit unseren Schiffen. Ich entschließe mich jetzt eher zu versuchen, bei der Enterprise noch ein bisschen zu helfen, anstatt jetzt wieder umzudrehen und wieder zurückzufahren. Da hat noch jemand mit drauf geschossen. Ich alleine habe den jetzt nicht rausgenommen. Aber die Enterprise ist halt weiter intensiv unter Beschuss. und natürlich, dass wir da noch ein bisschen was an Schaden reindrücken können. Die Schilde sind bei der Borg, beim Borg-Assimilator Unimatrix 033 schon mal unten. Die haben wir schon mal rausgeschossen, die Schilde. Aber es hat trotzdem leider nicht gereicht, um den Träger zu retten. Und jetzt konnte man gerade eben die Raketen anfliegen sehen. Habt ihr das hellblaue gesehen? Wenn nicht, nochmal zurückspulen. Das gab erst so eine Art Ping, wie als ob ein U-Boot uns gepingt hätte. Und dann kommen Raketen auf uns zu geflogen. hier in dem Gefechtsmodus. Also, ja, ist halt ich hoffe nicht, dass das so in den klassischen Game kommt. Dass das irgendwie ja, machen wir einen Ping und dann kommen Raketen geflogen. Zumindest wäre das relativ stark, wenn man das so macht. Da müsste man dann wieder neu balancen. Ich habe ja fast ein Viertel HP verloren mit den Raketen, die da angeschossen kamen. So. Wir stehen schon bei über 500.000 Schaden. Haben zwei Brände. Die sollten wir jetzt gleich mal löschen. Genau, machen wir gerade. Perfekt. Brände gelöscht. Aber wir sind jetzt ordentlich im Kreuzfeuer. Müssen hier gucken, wie wir uns am cleversten anstellen. So. Der DD hat jetzt ordentlich kassiert. Und ist jetzt auch raus. Und jetzt müssen wir gucken, da gibt es halt noch einen DD, der ein bisschen weiter weg von uns ist. Wir haben jetzt noch 1,44 bis das Gefecht durch ist. Und hier ist das Spiel für mich zu Ende. Tatsächlich, da aus der Situation kam ich dann nicht mehr raus. Nichtsdestotrotz ist das ja für einen Eindruck des Gefechtes mal ganz gut vielleicht. So kann man jetzt aber trotzdem die Zeit auch gleich mal vorspringen, weil wir werden dieses Gefecht erfolgreich gestalten. Die Borg, die schaffen es dann nicht irgendwie Cap-Zonen einzunehmen, weil wir immer noch ein paar Schiffe parat haben und zwei Schlagschiffe sind da ja noch. Und ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal an, wie die ganze Geschichte jetzt hier aussieht. Unternehmen abgeschlossen. Ihr seht, die erhaltenen Belohnungen, die sind dann aus dem Fortschrittspass da und fünf Sterne gemacht, das ganze Programm haben wir hier dann mitgenommen. Und dann können wir eigentlich weiterspringen und zwar halt zu der Übersicht an sich und sehen dann hier, dass wir auch einiges an Schiffen zerstört haben. 11 Schiffe, 13 Brände gelegt, viel Sekundärtreffer und so weiter. Hat für 5400 Base XP gereicht, die ganze Nummer. Ob die Werte so bleiben, ist auch ziemlich fraglich, würde ich jetzt mal so sagen. Da gibt es noch den ausführlichen Bericht und am Ende kann man auch sagen, da hat noch ein paar Credits auch übrig bleiben. Also, was soll denn jetzt hier? 900.000? 943.000 Credits verdienen wir hier. Also, ist mal nicht so verkehrt. Wie gesagt, alles Work in Progress. Also Leute, das war ein kleiner Ausblick auf das Star Trek Event, was uns im Update 13.10 und im Update 13.11 erwartet. Wie gesagt, jeweils zwei Wochen lang werden diese Events dann verfügbar sein. Ich bin jetzt schon auf jeden Fall sehr gespannt, muss mich ein bisschen bremsen, da ich jetzt nicht noch mehr hier rumschippere, aber ich glaube, ich werde nicht ganz widerstehen können, so ein oder andere Gefecht werde ich auf jeden Fall noch fahren. Ich bin jetzt gespannt, was ihr von diesen ganzen Ideen haltet. Steht ihr auf Star Trek oder sagt ihr eher, näher, ist nicht so meins, können sie sich sparen, sollen lieber andere Sachen machen oder feiert ihr die Sache auch? Vor allen Dingen diese krasse Überraschung, dass sie jetzt so viel da vorbereitet haben. Das heißt, da ist eine ganze Menge Zeit reingeflossen in die ganze Geschichte. Übrigens, was mir noch einfällt, wir können hier glaube ich noch in die Waffenkammer gucken. Da gibt es noch einen Bereich hier, da kann man schon mal irgendwie wieder was mit Star Trek Containern sehen, wo dann Kapitän und Tarnung und so die ganzen Geschichten drin sind. Kostet hier 750 Dublonen, ob das nachher im Live-Server genauso sein wird, müssen wir dann schauen. Aber, ja, das ist am Ende das, was ich euch jetzt gerade noch zeigen konnte. Hier die Kamera rumdrehen geht auch nicht viel, also da haben sie wahrscheinlich nur den Teil modelliert hier, ist aber auch okay, reicht für die Atmosphäre und, ja, ich bin auf eure Meinung gespannt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es so ist, empfehlt uns gerne weiter, gebt uns ein Abo kostenlos bei YouTube und wenn ihr den Kanal noch mehr unterstützen wollt als kostenlos, dann denkt über eine Kanal-Mitgliedschaft nach, dann könnt ihr solche Videos hier nämlich schon im Vorabzugang sehen. Also, in dem Sinne, habt eine coole Zeit, bis zum nächsten Mal, euer Sikrotz-Team, euer Andi. Ciao, ciao.